Ein wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.34 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Trailer Slab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Strait vor. 14.400. 14.000 glatt ist die erste Big Number, die wir heute Morgen traden. Wir sehen, wir haben hier oben ein Gap von 56 Punkte. Daily Pivot ist auch entfernt. So, wohin könnte es laufen? Wir haben also hier diese ganze Gap Zone, die wir als Zielmarke nehmen. Und dann haben wir hier die 50er Zone auch, wo der Kurs hinlaufen sollte. Und dann gehen wir einmal in die Wohler-Boxen rein. 14.1.31 kommt sie rein. Also, das ist etwas höher. So, und dann gehen wir auch direkt in unseren Market. Da war ich anfange an bei Bitcoin. Zickzack-Linie, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long, 5 auch Long, aber hier die Gewichtung, Entschuldigung, eher Long, Dow Jones, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und an der anderen Zeitebenen Short. Nächster Markt, S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Nächster Markt ist Öl, Daily Long, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long und an der anderen Zeitebenen Short. Nächster Markt, Gold, 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 Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und der Last Market ist Dax, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5 Minuten Short. Und Dax einheitlich die Richtung hier Richtung Short, so kurze Gegenbewegungen sind immer möglich. So wir sehen hier unten das Low, die Zone, das High ist hier oben. Dann gucken wir uns jetzt gleich die Markteröffnung einmal an. Big Number ist erstmal platziert, Spielregeln, Big Number treten wir jeweils dreimal, dann wechseln wir, versuchen wir die nächsten Big Number zu traden. Blue Box, wenn sie kommt, dann treten wir, die treten wir einmal, wenn sie unter 20 ist, treten wir mit höherem Risiko in der Prime Time. Also hier zum Beispiel 22er, seht ihr die, die ist eine normale, 22er ist im zweiten Trade, 24er hier ist direkt in den Gewinn gelaufen. So, dann melde ich mich gleich nochmal. So, 30 Sekunden noch bis zum Start. Wir haben jetzt hier die Zone. Und los geht's. So, 9 Uhr, wir sehen 41. Jetzt schauen wir, ob wir die Big Number 13 neu nehmen. Aktuell haben wir noch keine Box, die wir platzieren. Ob ser, es ist eine gute Firma, wir machen nicht. so wie wechseln die big number gehen jetzt in die 13 9 rein 13 907 long und 13 8 92 so wir sind im ersten trade short und wir sind raus in den gewinn gelaufen und das bedeutet wir verabschieden uns jetzt bei den youtube land das war unser eröffnung straight und wir sind das zweite mal jetzt schon wieder drin wünsche euch gute trades wir machen im live trading rum jetzt weiter es ist 9 5 12 april 2022 nach dem traden ist vor dem traden ihr wisst bin ich sehr kaffee durstig aber ich habe einen auftrag der regisseur sagt ich darf nicht kaffee holen bevor ich nicht